Untertitelung. BR 2018 Was ist denn los jetzt? Was ist denn los? Das ist schon ein bisschen, da. Oh, das geht da, ey. Okay, gut. Gut rein auf den Passe. Boah, das ist scheiße. Kommst du irgendwann hin oder wie? Hm? Kommst du irgendwann hin? Wurde ja voll lange auf, ja. Kommst du noch hin? Kann sein, dann passt es. Dann vielleicht noch ganz kurz Rückhand. Ja. Nur einmal kurz ein paar Kante und dann kommt es gelös. Weiß von unten her. Ach. Oh! Was meinst du? Das war topstens noch. Kein Problem. Zu viel ist es. Das ist ein leichter Schlag eigentlich. Mal. Ok. No. Ja.